Kürzlich habe ich am Kiosk Kaugummis gekauft und der Mann vor mir in der Schlange braucht ein wenig, bis er das Geld aus seinem Portemonnaie hervorgekramt hat. Ich warte also geduldig mit den Kaugummis in der Hand und schaue mich ein wenig um. Mein Blick fällt auf eine Werbung für eine europäische Lotterie, deren Jackpot den Gewinn von 200 Millionen Franken verspricht. Eine schier unvorstellbar große Summe Geld. Das Gespräch zwischen dem Mann vor mir in der Schlange und der Kioskverkäuferin lässt mich begreifen, dass er gerade dabei ist, einen Tipp für diese Lotterie abzugeben. Und ich frage mich, ob er wohl gewinnen wird. Wenn Sie erfahren wollen, ob man ausrechnen könnte, wer dieses Geld gewinnt, dann bleiben Sie dran.